Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hatte ich mal wieder richtig Lust darauf, mit euch über Drogerie-Produkte zu sprechen, die ihr jetzt braucht. Ich habe hier Produkte, die es aktuell in der Drogerie gibt, die ihr auch kaufen könnt, wenn sie euch interessiert und mit denen ihr wirklich ein sehr, sehr schönes Make-up hinbekommt. Alle Produkte liegen um die 15 Euro maximal. Ich glaube, das teuerste Produkt ist 14,99 oder 15,99. Der Rest ist aber bei weitem unter 10 Euro und ich glaube, dass das für viele von euch vielleicht ganz interessant sein könnte. Einige Produkte kennt ihr mit Sicherheit auch schon, einige noch nicht und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und starten direkt mit dem Video. Zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für den krassen Support bei Instagram im Moment. Ein Video ist komplett durch die Decke gegangen und vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch noch nicht. Ich sage es euch aber auch gerne nochmal hier, falls ihr kein Instagram oder TikTok habt. Es wird eine zweite Runde Maxim X Catrice geben. Was es wird, darf ich euch leider noch nicht verraten, aber lasst euch gesagt sein, das ist nicht mehr viel Zeit und damit hat niemand gerechnet und ich glaube, das gab es so auch noch nie in der Drogerie und ich bin ganz, 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 ganz glücklich. Bevor ich mich hier verquatsche, starten wir direkt mit dem ersten Produkt und das ist der Elf Halo Glow Filter. Ich hatte so viele Nachrichten dazu bekommen. Hey, ich finde den gar nicht, ich weiß gar nicht, wo es den gibt, wo hast du den her? Ich habe den auf der Elf Webseite gefunden. Ich weiß nicht, ob es den vielleicht mittlerweile schon bei Douglas gibt. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Das ist ein wirklich sehr, 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 sehr gutes Dupe zu dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ich muss aber dazu sagen, mir gefällt der besser als der Charlotte Tilbury, weil er einfach eine bessere Deckkraft hat und einen zarteren Schimmer, der sich so ein bisschen weicher auf die Haut legt. Der von Charlotte Tilbury ist auch sehr, 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 sehr gut. Das muss man ihm lassen. Das ist einer der meistverkauftesten Make-Up-Produkte weltweit, natürlich. Aber ich finde für 40 Euro, es gibt im Moment andere Sachen, die wir vielleicht von 40 Euro machen könnten. Und ihr seht sofort, er gibt eure Hauten richtig schön glow. Ich hatte neulich ein, nicht nur ein, mehrere Kommentare bekommen. Ja, ich soll jetzt endlich aufhören mit diesem ganzen Glow Make-Up und das mag sie nicht oder er, ich weiß es nicht. Und das ist eine Unverschämtheit, dass ich nur Glow Make-Up zeige. Tut mir leid, ich mag es ganz gerne. Aber ihr könnt natürlich auch immer, wenn euch Glow nicht gefällt, andere Produkte nehmen oder die Produkte weglassen. Das ist wirklich ein Produkt, wo ich auch der Meinung bin, dass es das Make-Up ein bisschen länger haltbar macht. Also es ist eine Kombination aus Foundation, Primer und Highlighter. Und ich finde, das sieht auf der Haut immer ganz schön aus. Ich habe ihn auch heute in einer helleren Farbe benutzt. Das ist die Farbe 1. Also das ist der hellste Ton. Und ihr seht, der hat dann bei mir nicht ganz so viel der Kraft. Ist aber nicht so schlimm, denn ich möchte mit einer Foundation rübergehen, die ich meiner Meinung nach schon viel zu lange nicht mehr benutzt habe. Und das ist das Hyaluron Make-Up von Rivalde Loop. In Kombination auch mit dem Halo Glow Filter funktioniert das sehr, sehr gut. Ich arbeite mir das mit einem Laetitia-Lehmark-Pinsel aus der T-Series ein, T4. Und blende mir das einfach alles ins Gesicht. Und ihr seht sofort, dass die Haut dann sehr frisch aussieht. Und ich probiere auch so ein bisschen auf eure Wünsche einzugehen. Und auch wenn die Kritik manchmal vielleicht nicht die freundlich formulierteste ist, Bei manchen Kommentaren möchte ich euch ja einfach schöne Looks zeigen und eine schöne Haut zeigen. Und für mich ist halt so eine frische Haut einfach schön. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und ihr seht auch, wie die Kombination aus dem Glow Filter und dieser ganz, ganz zarten Foundation. Ich weiß nicht, was im Moment mit mir los ist. Das ist ganz verrückt. Und seit dem Umzug, wo ich ja sehr, sehr wenig Make-up getragen habe, bin ich ein totaler Freund von Skin Tints. Und ich muss sich zu meiner Schande gestehen, ehrlich gesagt. Ich hatte mir vor einem Jahr bestimmt hier von Chanel mal diesen Water Tint gekauft. Und ich fand den, als ich ihn gekauft habe, so, so furchtbar. Weil der so schmierig ist. Ich zeige ihn euch mal kurz. Das sieht aus halt wie so Kaviar. Und dann platzt das auf. Und dann kommt halt so ein bisschen Farbe raus. Und die Farbe passt im Moment aber sehr, sehr gut zu mir. Und sie ist halt auch super, super leicht. Und sieht auf der Haut sehr, sehr schön aus. Das ist keine Empfehlung, weil ich von den Chanel-Produkten leider so Unterlagerungen bekomme. Deswegen habe ich es auch nie gezeigt. Auch wenn ich es manchmal trage. Weil wenn ich schlechte Erfahrungen mit einem Produkt habe und es trotzdem benutze, weil es mir gefällt, ist das für mich dann so die Verantwortung. Aber ich möchte die Verantwortung nicht für euch übernehmen und euch was empfehlen, wo ich schon Probleme mit habe. Dann will ich euch das nicht zeigen. Es ist aber ein gutes Produkt. Sie haben es jetzt wohl auch neu aufgelegt mit ein bisschen mehr Deckkraft. Ich brauche es jetzt auf und dann werde ich es mir auch nie wieder kaufen. Schaut euch mal an, wie schön frisch die Haut aussieht. Ich benutze jetzt hier so einen Schwamm von Asam. Den habe ich leider beim Waschen kaputt gemacht. Aber das ist irgendwie reingeschmolzen. Aber die Haut ist super schön frisch. Und ich möchte auch keinen richtigen Concealer benutzen. Auch das, ne? Hättet ihr alle nie gedacht von mir. Ich wahrscheinlich am wenigsten. Den Undereye Brightener von Catrice. Ich warte gerade auf eine... Also, ah, da kommt die Antwort. Ab dem 2.9. gibt es das Update. Nächste Woche Freitag. Also je nachdem, wann ihr das Video seht, gibt es das Update auch in der Drogerie. Online gibt es die Produkte ja schon. Das ist der Undereye Brightener von Catrice. Das ist ein sehr, sehr gutes Tube. Zu dem Becker Under Eye Brightener eigentlich ein 1 zu 1 Tube. Und den gebe ich mir einfach hier unter die Augen. Und das Schöne ist, ihr seht das, der hält halt extrem auf. Es gibt, soweit ich weiß, wirklich nur diese eine Farbe bis jetzt. Aber ich habe schon mal nachgefragt und angeschnitten, dass es vielleicht auch schön wäre, wenn es den nochmal in einer anderen Farbe geben würde. Ihr seht, ne? Er hält halt extrem auf. Ich weiß nicht, was der kostet. 3 Euro, 4 Euro vielleicht. Und ein bisschen Concealer mit reingemischt. Und den könnt ihr auch. Und das ist das Krasse bei dem, wenn ihr beispielsweise so ein paar Highlights setzen wollt. Hier müsst ihr noch ein bisschen verblenden. Dann nehmt ihr den auch und könnt den hier auf der Stirn auftragen. Oder hier an den Wangen. Und das Krasse bei dem ist, das ist ganz besonders. Der hat halt nicht so eine krasse Deckkraft, nur die Farbe korrigiert. Aber die Textur davon ist halt so ganz, 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 ganz cremig. Sorgt dafür, dass ihr nicht zu viel Produkt auf eure Haut bringt. Und trotzdem so einen Skin-Effekt habt. Jetzt sehe ich tatsächlich, ich bin ein bisschen braun hier. Und mein Gesicht ist noch ein bisschen blass. Das kriegen wir aber gleich mit einem Bronzer weg. Ich werde das Ganze mal kurz fixieren. Da habe ich ehrlich gesagt kein Puder, kein neues Puder, wo ich sage, wow, das braucht ihr jetzt unbedingt. Der Under Eye Corrector ist aber wirklich, wirklich gut. Wir machen direkt weiter mit einem Bronzer. Und ich habe ihn jetzt über die letzten Wochen auch vermehrt genutzt. Und muss sagen, ich mag die Farbe sehr gerne. Das ist der L'Oreal Infelbe 24 Stunden Freshwear Bronzer. Ich hatte ihn euch ja gezeigt, dass man ihn nass macht. Aber ehrlich gesagt, mir war das, mir ist das zu viel Aufwand. Und auch wenn es nur ein Schritt ist, da ein bisschen Wasser reinzusprühen, habe ich keine Lust drauf morgens. Deswegen nehme ich jetzt hier einen Pinsel. Der ist von Fenty. Und ich habe noch nie so einen krassen Pinsel gehabt. Der ist halt ganz, ganz besonders geschnitten. Und gehe da rein und arbeite mir das Produkt auch erst in die Hand. Und dann tupfe ich das mit diesem Pinsel hier rauf. Und habe sofort Farbe im Gesicht. Die Shade Range von dem Bronzer ist sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Und er sieht auch auf der Haut sehr gut aus. Also ihr habt gesehen, ich habe ja nicht wirklich das Gesicht gesettet, sondern nur den Concealer so ein bisschen. Man braucht es nicht. Also der ist von der Textur her schon fast feucht, finde ich. Und einer der besten Bronzer meiner Meinung nach, die es aktuell in der Drogerie gibt. Schaut mal, wie einfach es sein kann. Und das ist das, was ich halt so schön finde, dass wir hier so gemeinsam diesen Make-up Weg gehen. Wie sehr sich mein Make-up verändert hat. Also es ist ja jetzt so leicht. Und Hater würden sagen langweilig. Aber ich finde manchmal ist es einfach genug, um sich wohl zu fühlen, so ein bisschen was zu benutzen. Dann kommen wir zu einem Produkt, was auch meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das ist der 2-in-1 Baked Highlighter von Rival Loves Me. Das ist dieses Schätzchen hier mit diesem Pinkton in der Farbe 01 Rose. Ihr habt einen Highlighter und ihr habt einen Blush. Guess what? Ich gehe einfach in beide Reihen. Es ist sehr, sehr pigmentiert. Also seid auch bitte hier vorsichtig. Ich arbeite wieder an meiner Hand. Ihr seht das, wie schmutzig meine Hand ja zwischendurch dann auch immer wird. Aber wenn ihr das mit so einem flachen Pinsel reinpresst, auf eure fast nicht gesettete Haut, dann habt ihr wirklich... Das ist halt das, was ich jetzt neu gelernt habe und ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Also ich sette ja mit viel Puder unter den Augen. Mache ich ja... Habe ich ja heute auch mehr oder weniger gemacht. Ich habe jetzt nicht gebaked. Aber ich habe den Rest des Gesichtes nicht wirklich mit Puder gesettet. Und ich sette meine Foundation und meinen Primer mit dem Bronzer, mit dem Blush und mit dem Highlighter. An den Stellen, wo ich es halt ein bisschen fixiert haben möchte. Wie beispielsweise hier. Ihr habt diesen Schein. Und ihr habt einfach so einen frischen Touch noch mit drin. Ohne eine weitere Schicht. Weil das ist mir aufgefallen bei mir, wenn ich mein Make-up im Laufe des Tages mir angeschaut habe. Nachdem ich gedreht habe. Dass ich immer sehr, sehr viele Produkte in mein Gesicht klatsche. Und es dann gar nicht mehr so schön aussieht. Ich nehme jetzt einen fluffigen Pinsel. Gehe auch hier in den Bronzer ganz leicht. Und gehe damit nur in meine Lidfalter. Einfach um so eine kleine Schattierung drin zu haben. Schnappe mir einen Augenbrauenstift. Das ist jetzt einer von Max Factor. Der zählt jetzt hier nicht mit dazu. Gehe hier hinten nur so ein bisschen lang. Einmal ganz leicht durchgebürstet. Und die Base ist frisch. Zum Fixieren nehme ich das Shake, Fix & Glow von Catrice. Und ihr seht, ich habe es auch schon zur Hälfte fast aufgebraucht. Ein Drittel ist schon weg. Einfach ein bisschen rüber. Ein bisschen antrocknen lassen. Dann kommen wir gleich zu meiner famous Maxim Giacomo Lieblingslip. Und die Haut ist einmal fixiert, trocknet noch ein bisschen an. Und jetzt, Freunde, passt auf. Eigentlich ist das gar keine richtige Lippenkombination. Also, ich habe hier den Coal-Kajal von Catrice D9 in der Farbe Optic Brown Choc. Der ist im neuen Sortiment. Ihr könnt jeden anderen braunen Kajal nehmen. Der Wasserfass ist ganz, ganz wichtig. Weil mir fällt es schwer, in der Drogerie einen richtig schönen braunen Lip Liner zu finden. Und ich mag halt diese dunklen Lippen, aber trotzdem in die nudige Richtung. Und je dunkler eure Haut ist, desto schöner sieht das dann auch mit dem hier aus. Dann könnt ihr auch ein bisschen fester aufdrücken. Ich gehe jetzt wirklich nur ganz leicht damit um meine Lippenkontur. Und mache auch gleich so. Und fokussiere es vor allen Dingen hier außen hin. Weil bei mir, ich habe hier außen nicht so eine definierte Lippenlinie. Und schattiere das dann hier so ein bisschen. Und dann mache ich wieder. Und tupfe das so ein bisschen ein. Und das Schöne ist, durch diese Wasserfestigkeit trocknet der an. Und der hält wirklich sehr, sehr lange, auch wenn ihr esst. Und das ist nochmal ein anderes Wasserfest als Lip Liner, finde ich. Weil bei den Augen muss die Wasserfestigkeit auf eine andere Zusammensetzung als auf Speichel sein, beispielsweise. Das sieht jetzt ein bisschen verrückt aus. Und entweder, ich habe jetzt euch zwei Alternativen mitgebracht. Beide sind recht günstig. Ich habe hier einmal von Alverde den Lip Gloss Nude Sensation. Der ist recht neu. Hat ein bisschen mehr Deckkraft. Oder, wenn ihr ein bisschen Glitzer drin haben wollt, von Rival Loves Me, die Farbe Toffee Lover. Ich zeige euch erstmal Toffee Lover auf der einen Seite. Der hat halt nicht so viel Deckkraft, ne? Seht ihr? Also, der macht eigentlich nur ein bisschen Gloss. Der hier von Alverde gefällt mir fast noch ein Stückchen besser, weil der einfach mehr Deckkraft hat. Und dann blende ich mit diesem Füßchen den Lip Liner aus. Und somit sieht die Lippe auch gar nicht mehr so dunkel aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch eine Mascara benutzen. Kleine Empfehlung von mir, die Asam Mascara mit dem Code Maxim08. Könnt ihr auch den ganzen Monat noch 15% bei Asam sparen. Ich möchte jetzt keine Mascara benutzen, weil ich gleich noch ein Video drehen werde, was ihr erst ein paar Wochen seht. Aber dafür brauche ich glatte Augen, beziehungsweise freie Augen. Und ich hoffe einfach, dass euch das Video gefallen hat. Einfach mal ein bisschen entspannter mit euch reden. So ein paar meiner liebsten Produkte zu testen. Und ich bin ganz gespannt, welche euren liebsten Drogerie-Produkte aktuell sind. Vielleicht mal als kleinen Challenge in die Kommentare. Die liebsten Drogerie-Produkte unter 5 Euro. Schreibt sie mir gerne rein. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf.